Heute zeige ich euch, wie man eine Windel mit Klettverschluss zu einem Paket packen kann. Einige von euch werden die Windeln zum Entsorgen wahrscheinlich zusammenrollen und dann mit den Klebern verschließen. Bei allen Windeln mit Plastikkleber bekommt man schnell ein Windelpaket. Das sieht nicht nur ordentlicher aus, sondern reduziert auch den Geruch. Auch bei Urin, vor allem aber beim großen Geschäft macht sich das bemerkbar. Eine uneröffnete Windel würde schnell und stark stinken. Aber wie ist das bei Windeln mit Klettverschluss? Viele bunte EBDL-Windeln setzen auf mehr Weg oder zumindest ein Wegkleber mit Plastik. Auf Klett setzt aber nicht nur Pampers seit einiger Zeit. Auch einige EBDL-Windeln, wie zum Beispiel die Let's Bild aus einem meiner letzten Tests. Sie soll hier beispielhaft für alle erwachsenen Windeln mit Klettverschluss sein. Hier kann man nicht einfach das Paket verschließen, weil die Klettkleber ja nur im vorderen Streifen halt finden. Auf der Rückseite geht es nicht und da müsste man beim Rollen von vorne ja kleben. Die Kleber vorne zu befestigen ist auch keine Lösung. Dann ist die Windel offen, als würde man sie wie eine Pull-Ups-Windel herunterziehen, also nicht verschlossen. Ich zeige euch zwei Alternativen, die auch mit Klett funktionieren. Beim ersten Tipp wird die Windel ebenfalls gerollt, aber von hinten nach vorne statt von vorne nach hinten. Hier braucht ihr aber etwas Fingerspitzengefühl. Die Windel muss so gerollt sein, dass die klebenden Seiten der Kleber auf die Vorderseite mit dem Klettklebestreifen zeigen. Dann kann man sie verschließen. Diese Methode hat leider einen Nachteil. Die Seiten liegen offen nach außen. Deswegen rollt man normal von vorne nach hinten, weil die Seiten dann durch die Seitenteile nach innen geschlossen sind. Zumindest wenn ihr groß in die Windel gemacht habt, ist dieser Weg daher schlecht geeignet. Diesen Nachteil hat die zweite Methode nicht. Bei Variante 2 rollt ihr die Windel ganz normal von vorne zusammen, so wie ihr es mit den anderen ohne Klett auch macht. Auf das Klett wird vorne braucht ihr keine Rücksicht zu nehmen. Auch die vorderen Seitenflügel werden einfach nach innen gefaltet, damit sie nicht im Weg sind. Nun einfach die Kleber aufeinander kleben. Klingt clever und kommt einem Paket auch nahe, aber es hält leider nicht richtig gut fest. Immerhin ist sie an den Seiten verschlossen, sodass kein Kode raus könnte. Wesentlich besseren Halt bekommt ihr aber, wenn ihr die Kleber zusammenknotet. Vielleicht denkt man zuerst, das geht nicht, gerade bei dieser Windel, weil die dort recht kurz sind. Das ist wieder mit ein wenig Fummelei verbunden, aber es funktioniert. Durch den Knoten werden die ansonsten lockeren Kleber zusammengezogen. Eure Windel ist fest verschlossen. Selbst flüssiger Stuhlgang würde nicht so einfach hier auslaufen und die Großentwicklung wird deutlich weniger, als wie wenn ihr die Windel einfach so in den Müllbeutel werft. Haben euch die Tipps geholfen? Kanntet ihr sie schon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt es gerne in die Kommentare.